Und jetzt kommt der große, dicke Waldbär. Ja, ich bin der Waldbär und der Ansager in dieser wunderbaren, lehrreichen Sendung. Janoschs Traumstunde. Eins, zwei, drei. Der Waldbär legt ein Ei. Also ich denke mir manchmal, manchmal dann denke ich mir, nein. Und wer kommt zur Party? Er ist ein Musikant und kommt aus Rabel. Hören Sie mich? Kommen Sie doch mal, nein. Kann er mich nicht gut sehen. Aber dann denke ich wieder, ja. Bin etwas kurzsichtig auf den Augen, weil ich blind bin. Und dann denke ich wieder, nein. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapperklangen. Oh, der Fisch. Will ich mich fressen? Reden wir mal über alles, was vorkommt. Was hier vorkommt, was da vorkommt, was sonst wo vorkommt. Was für den Tegel? Wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Heinrich, lieber Heinrich. Stopf es zu, liebe, liebe Lise. Liebe Lise, stopf es zu. Punkt, 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 Schluss.